Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte, kein Licht und keine Dunkelheit. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten, und es gelang ihm nicht. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Inos und Belia keine Macht hatten. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei, und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war, und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm, und das Tier war im Untertan. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstörte. Aber Inos sah, was geschehen war, und auch er betrat das Land, und er erwählte den Menschen. Und Inos sprach zu ihm, und der Mensch bat ihm Untertan. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er den Wirken Belias Einhalt gebiete. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen, und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos überkam eine tiefe Trauer für den König. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern, Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig. Und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter war mit ihnen. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Inos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Inos in seiner Weisheit tat es. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Und so bat er Inos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf das er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Und Inos in seiner Weisheit tat es. Aber das Licht war eine Qual für Belia, und alles, was Inos erschuf, wurde von Belia zerstört. Und da haben wir die